Hallo YouTube, hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Runde Mafia 3. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht's weiter. Wir müssen Doc Gaston... Ja, das ist geil. Doc Gaston konfrontieren. Letztes Mal haben wir ja die Villa platt gemacht hier. Die Drogenvilla mit den Booten. Und ich bin mal gespannt, was Doc Gaston zu sagen hat. Oh, nicht umfahren, sonst sei wieder die Polizei hier. Ja, ganz lieben Dank auch nochmal für eure Likes, für eure Comments. Junge Frau, geh über die Straße. Mei, hier ist aber ein Verkehr. Nun lass mich doch mal da durch. Wir essen zeitig. Ja, komm. Alles gut. Mein Licht ist auch kaputt, hinten links. Wird wohl keiner merken. Oh. Hier ist jede Menge Polizei nach Nähe. Können wir mal aufpassen. Oh. Boah, Schiete. Ich hab gar nicht gesehen, dass er da rum wollte. So, sind wir auch schon da. Ich liebe diese kleinen, engen, bunt beleuchteten... Oh mein Gott, was ist hier denn alles los? Eieieiei, hier ist ja richtig Action. Eieiei, ich glaub, da hol ich mal ein paar von meinen Bros. Marion und ich... Hallo, Ma'am. Eieiei, ich... Eieiei, ich... Also die letzte Mission mit den Drogenbooten in der Villa, die konnte man also partout nicht mit Hilfe schaffen, weil die jedes Mal die Polizei gerufen haben. Ich hab's also ein paar Mal versucht. Man muss sich also langsam und allmählich ein nach dem anderen da weg, äh, holen und, äh, sich dann vorarbeiten. Sonst hat man da keine Chance bei der Mission. Hier könnte ich allerdings das Glück haben, dass hier... Ja, hier sind auch keine Polizisten in der Nähe, dass hier meine Bros helfen können. Oh, nun gehen wir aus dem Weg da. Ja, nun geh auf dem Weg. Oh, ich muss auf jeden Fall erstmal eben, äh, Munition haben. Vorher brauchen wir hier gar nichts. Ich brauche eine Lieferung raus zum French War. Komme schon, nur einen Augenblick. Da kommt er schon. Wollen wir eben nachliefern. Ah, was packst du denn da hinten, du Spacko-Mensch? So, mal eben neu ausrüsten hier. Auf jeden Fall schütze ich ihre Weste mitnehmen. So, Munition. Ne, mach mal Munition. Sprengstoff habe ich, glaube ich, ne? Mal gucken. Voll, voll, voll. Alles sieht alles gut aus. Da brauchen wir... Da kann man noch was nachnehmen. Voll, okay. Schuss sichere Weste. Oh, ich habe nicht mehr genug Geld. Okay. Dann muss es diesmal ohne gehen. Ich muss mal wieder ein bisschen Geld einnehmen hier. Und der kann ich meine Bros wohl auch nicht rufen, wa? Ah, shit. Oh, das ist ja doof. Eieieiei, da ist ja richtig... Da ist ja richtig Alarm in der Butze. Da spielt jemand Musik. Mal gucken, was ich hier so... Oh, ja, hier haben wir noch einen Playboy. Guck, gehen wir auf den Weg. Entschuldigung. Geht noch mal den Playboy. So. Das wird sichtsvolle. Tut mir sehr leid. Das hat gehört, Doc Aston zieht jeden Mann persönlich zur Verantwortung. Verlierst du dann doch die Sache mit einem Lächeln beenden. Achtung. Huch. Was immer nötig ist, doch nicht zu finden, Jungchen. Verzeihung. Siehst du, was der Junge da in der Hand hat? Bist du schwerhörig? Achtung. Ich schieße jetzt. Ich schieße jetzt. Oh. Er hat eine Knarre. Wo nicht du? Oh, das ist ja mal richtig... Scheiße. Ich kann hier nicht bleiben. Oh, Mann, ich kann nix mehr sehen. Was ist das denn für eine Kameraführung? So, nach. So. Eieieieieiei. Wie ist es da schön im Hinterhof hier? Okay. Boah. Was war das denn eben? Sie waren ja super aggro. Oh, alles voll hier. Hier sind hundert Mann. So viel Blut. Seht euch all das Blut an. Verschone mich, bitte. Die Kameraführung ist ja manchmal echt ein Witz hier. So viel Blut. Seht euch all das Blut an. Hier ist auf jeden Fall irgendwo da unten. Verschone mich, bitte. Okay. Komme ich da noch irgendwie anders ran? Nee, ne? Hm, okay. Äh, auch auf die Gefahr hin. Dass das schief läuft hier, die Kiste. Ja. Da ist schon der Erste. Hier ist er nicht. Sucht weiter. Da kommt einer. Oben. Nicht, dass jetzt einer von hinten kommt. Da hab ich auch ein Problem. Okay. Scheiße. Ist der Kunt? Okay. Vielleicht sollte ich mal da drüben nachsehen. Och, wie viele Leute sind das? 15? 20? Zurück auf die Arbeit, Leute. Die Ratte ist längst weg. Sieh nach, ob du den Wichser findest. Ich mach dich. Ich finde dich, Junge. Ich bin nicht mehr hin, um ihr Fleisch zu kaufen. Qualität ist miserabel geworden. Kann sein. Zeit zu sterben, Arschloch. Hä? Sieh nach, ob du den Wichser findest. Hä? Komm her. Och, scheiße. Oh, mein Arschloch. Bitte, bitte. Ich will einfach nur halb gehen. Bitte, bitte. Ich will ein... Ich hab nichts gesehen. Gar nichts. Oh, du weißt nicht, wer hier... Ich hab nichts gesehen. Ei, 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 ei. So, mal gucken. Wir wagen uns mal weiter. Volles Risiko. Da hätt' ich Geld. Okay, weiter geht's. Woher sind die Säcke? Ja, wo muss der Feigling doch sein? Was ist das denn hier für ein komischer Tempel? Für dich mach ich doch alles, Baby. Nur eine Frage der Zeit, bis ich dich finde. Wo, wie viel sind das denn? Das gibt's ja gar nicht. Okay, wir müssen die mal ein bisschen herlocken hier, würde ich sagen. Vielleicht sollte ich mal da drüben nachsehen. So, komm her. Ich finde das Schwein. Komm her, hier. Komm her, hier. Hast du das gehört? Ich wusste nicht drauf, dass er hier irgendwo steckt. Heilig! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ei, 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 ei. Jetzt geht's los, Jungs! Hauptsache, die kommen jetzt nicht von der anderen Seite. Huhuhu! Wir sind da noch eins. Eins, da kommt einer, okay. Wurde sparsam sein mit meinen Schüssen hier. Eins, da ist noch mindestens zwei Leute sind da noch. Okay. Kommt da noch einer? Da kommt einer. Okay, da kommt noch einer angerannt. Da kommt er. Schaff diesen nutzlosen Kadaver hier. Oh, wo ist der? Von hinten, das gibt's doch nicht Das mag ich ja gar nicht Von hinten So Den müssen wir töten Ei, ei, ei Zwei müssen wir umbringen hier noch Okay Okay Wo ist der hin? Vielleicht findest du ihn ja Such da drüben, Leute Eieieiei Okay, hier hinterm Schrank Das tut schon mal gut Oh ja Da schon der erste Zack Nice So, kriegen wir noch eine schöne Hier liegt ne Leiche Ich weiß doch, dass du dich hierher gehörst Jetzt hab ich dich ganz für mich allein Hauptsache, die kommen jetzt nicht von der anderen Seite Scheiße Scheiße Sehr schön Den haben wir, den Wachposten haben wir Platt gemacht Sehr schön Sehr schön Das läuft ja wie Bis jetzt wie Am Schnürchen Okay Oh, da geht's Wo ist die Ratte? Wo versteckst du dich? Such den weiter Da ist der Medizinschrank Da ist der Wachposten Okay Wo ist die Ratte? Von da könnte auch jemand kommen Was ist das für ein abgefahrener Club hier? Ist ja heftig Oh mein Gott Nein Oh mein Gott Nein Oh mein Gott Oh nein Nein, nein, nein Das glaube ich jetzt nicht Oh nein Da ist der Wachposten Oh mein Gott Nein Oh mein Gott Mein Gott Oh jetzt hör mal auf zu schreien Ist ja fürchterlich Oh nein Nein, nein, nein Das glaube ich jetzt nicht Oh nein Da ist noch einer Nein Nein Oh mein Gott Nein Oh mein Gott Oh mein Gott Oh nein Nein, 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 nein Das glaube ich jetzt nicht Oh nein Nein Oh mein Gott Nein Oh mein Gott Oh nein Oh mein Gott Oh nein Oh mein Gott Hallo Kai Komm mal wieder klar Oh nein Oh nein Oh nein Nein Da ist einer Okay Oh mein Gott Das ist ja fürchterlich Das Geschreie Oh nein 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 Oh mein Gott Nein Mein Gott Nein Oh mein Gott Oh nein Oh nein Komm hierher Oh nein 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 Der Wichser geht auch Was los Nein Oh mein Gott Komm her Kommen wir Oh mein Gott Oh nein Nein Oh shit, wo ist der? So, gib mir mal deine Muni. Oh, die Alte, die geht mir auf den Sack. So, wo ist die? So, gib mir auf den Sack. Jetzt ist Ruhe. Ist ja nicht auszuhalten hier. Das olle Geschreie. Scheiße, Scheiße, ich bin getroffen. Was hat er denn jetzt? Boah, heftig. Krass. So, das haben wir geschafft, mein lieber Schwan. Das war ja... Das war ja doch gar nicht so einfach hier. So, Cassandra zuweisen. Jetzt müssen wir auch ein bisschen verteilen hier. Vito hat auch schon was gekriegt hier. Wen haben wir denn? Ach, wir haben noch die beiden. Doch, Burke. Burke muss ja auch mal was haben hier. Das kriegt Burke jetzt. Alles schön verteilen. Wir sind im French War. Abschicken ein paar deiner Männer. Dein Wunsch ist mir befehlt. Ist schon erledigt. So, wir wollen uns ja mal den Leuten allen gut stellen hier. Sehr schön. Haben wir das... Haben wir den Club hier auch eingenommen? Da kommen schon unsere Bros. Diesen schönen Nachtclub. Also gar nicht schlecht hier. So unterirdisch. Drogengeschäfte gesichert. Jawohl. So, trifft dich mit Donovan für Neuss über den Richter. Jawohl. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zuschauen, ihr Lieben. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao. Ciao.